Was bisher geschah. Das Dorf brennt. Das ist ohne Zweifel das Werk des Erz Illagers und seiner Schergen gewesen. Ach, da muss ich hin. Okay, das ist jetzt mein Ziel. Lager aufschlagen. Was für ein Lager? Was soll ich denn hier aufschlagen? Ach, Sieg! Du kannst die Dorfbewohner nicht rechtzeitig retten, aber verzage nicht. Sie sind noch irgendwo da draußen und warten auf einen Helden. Ich konnte die Dorfbewohner also leider nicht retten. Da war ich leider zu langsam. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dungeon mit mir. Okay, ich würde sagen, wenn es doch schon unser Lager ist, dann sollten wir uns noch ein bisschen rumgucken, oder nicht? Hier ist ein Feld. Hier kann man, glaube ich, Brot bachen. Oh, hier sind Schweine. Kann man die töten? Nein? Okay, Entschuldigung. Oh, man kann sie ja voll verstecken hier. Cool. Was ist das? Reisen. Ich will aber nirgends reisen, oder? Wo komme ich denn hier wieder zurück? Okay, ich reise einfach. Yo, wir sind einfach in... Ach, das sind die Schweinchen, die wir gesehen haben. Das ist ja voll cool. Das ist... Ist das unser Haus? Ist das... Alter, ist das unser Haus? Hey, ja, moin. Wenn das unser Haus ist... Alter, haben wir eine riesen Villa. Nochmal reisen. Scheint tatsächlich unser Haus zu sein. Hier können wir... Wahrscheinlich, weil hier wieder so ein Rüstungsteil ist. Hey, das ist ja voll nice, Alter. Hier war das... Hier konnte ich wieder raus, ne? Ja. Ah, Gott sei Dank. Ich bin wieder rausgekommen. Okay. Ich würde gerne mal versuchen, irgendwie die Schweine zu töten, aber die haben das echt gut gemacht, dass man hier gar nicht durchkommt. Okay. Nee, da... Nee, da kommen wir safe nicht rüber mit diesen Rollen. Hm. Okay. Ich habe nämlich einfach nur so eine Brücke gesehen. Da habe ich gedacht, okay, da können wir vielleicht hin. Ach, hier, hier, hier waren wir vorhin. Da haben wir ja geguckt, wie viel Schaden das macht. Ich habe nämlich gedacht, das wäre ein Gegner. Äh. Kann ich auf den Baum? Aua. Wow, jetzt hat er mir ein Leben abgezogen. Oh, hier ist noch eine Brücke. Hier kann ich hoch. Kann ich hier noch weiter? Irgendwie? Nicht? Irgendwas abschießen oder... Okay, dann nicht. So, hier kann man komischerweise nicht rüber. Verstehe ich nicht. Warum bin ich jetzt hier hinten? Na, was soll das? Okay, okay, okay. Interessant, interessant. 13 Minuten, okay. Okay, gehen wir hier weiter. Was ist das? Kann man da hin? Ach, da sind wir vorhin durchgekommen. Ähm, das war hier. Das war da diese eine Wand. Okay. Ja. Bisschen langweilig. Ich glaube, aber dass das hier unser Bereich ist und das hier hinten unser Bereich ist. Also ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Da oben ist ein Schaf. Kann ich das abschießen? Nee, leider nicht. Aber wäre nice gewesen. So ein Easter Egg, wenn ihr wisst, was meine ist. Hier ist ein Zelt. Kann man hier schlafen? Okay, nee, kann man nicht. Missionsauswahl. Soll ich das nehmen? Was ist das? Ach, du heilige, nee. Das steht sowieso gesperrt. Also kann ich gar nicht... Jo, was ist das denn? Ähm, hier sind viele Sachen gesperrt. Wahrscheinlich, weil ich das alles noch nachher machen muss. Oh nein, da brennt das Dorf. Okay, dann nehme ich das hier. Creeper-Wald? Oh nö. Creep auf Creeper habe ich jetzt gar keine Lust. Aber wie die die entführen, Alter. Also die Illager entführen ja richtig die Villager. Das ist ja voll brutal. Vor allem mit den Ächsen stehen die ja auch die ganze Zeit. Ja, also wenn... Wenn ihr hier wegkommen wollt, müsst ihr uns euer Geld geben. Und dann rennen die so weg, haben alles abgegeben, was sie hatten. Oder kommt da einfach so ein Creeper an oder so ein Zombie. Wie sollen die sich denn noch verteidigen? Das ist ja voll doof, das ist gemacht. Oh nein. Auf geheißtes Erz-Illager sind nun alle freien Bürger Feinde des Imperiums der Illager. Irgendwo in diesen Wäldern bringt eine Karawane gefangene Dorfbewohner in ein weit entferntes Gebiet. Finde die Karawane und stoppe die Illager. Oder den Dorfbewohnern droht ein unaussprechliches Schicksal. Okay. Was mir aber Angst macht ist, dass ich gerade Zombies gesehen habe. die Waffen haben. Da! Seht ihr die? Die sind ja voll gepanzert, Alter. Alter! Die halten zwei Pfeile aus. Ich mache ja schon 30 Schaden Geschwindigkeit. Oh, bin ich jetzt schneller? Jo, wie schnell bin ich denn? Ich bin schön. Oh, ich habe einen Apfel bekommen. Ich habe den auswärts den Apfel. 20 Leben pro Sekunde bekomme ich. Okay, gut. Ach du Scheiße, sind das viele. Boom, Ehre genommen. Oh, der hat aber echt viel Geld dabei, ne? Oh ne, oh ne, oh ne. Leise, leise, leise. Oh mein Gott, es gibt einen Glitch. Also, oh Gott. Geh weg. Boom. Ich habe TNT. Oh, das kann ich werfen mit RT. Okay. Nee, das will ich... Das spare ich mir mal auf. Das TNT. Okay. Die haben ja wieder Apfel. Oh, der hat hier so eine Machete. Gebt mir die. Kann er die überhaupt droppen, oder? Weil ich meine, Mobs droppen ja auch Sachen. Stirb. Okay, gut. Den habe ich bekommen. Oh nein, ich wollte das nicht werfen. Ich habe gedacht... Oh. Alter, hat das eine Range. Ich hoffe, ich habe viele Zommes getötet. Geht weg von den Villagern. Ihr blöden Zommes... Oh, ich habe Schweinefleisch genommen. Das ist Haram. Oh Gott. Boom. Retten. Schnell. Warte, nee, warte. Ich töte erstmal hier die ganzen Leute. Und dann rette ich dich. Stirb. So, jetzt rette ich dich. Jetzt renn. 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 Ha. Okay, er hat sich komischerweise irgendwie weg teleportiert. Aber Hauptsache, er ist weg. Oh Gott, hier ist wieder eine Wand. Ich gehe da lieber hin. Nicht, dass dieser komische Typ wieder kommt. Boom. Boom. Kann ich hier rein? Es sieht ganz so aus, als wenn ich hier rein kann. Ist hier ein Easter Egg? Alter, warum hast du denn so viele Leben? Alter. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, ne? Ah, oh mein Gott. Unten, rechts. Ich kann da so eine Karte aufmachen. Ah, okay. Aber erstmal muss ich die Zombies töten. Sonst werde ich noch so hinterher nicht angegriffen. Ah, Tatsache. Oh, oh, oh. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist, ob wir mit so offener Karte spielen, oder? Ah, guck mal, da ist auch irgendwas. Hier. Was ist das? Schlagen. Ah, da waren Smaragde drin. Das war, glaube ich, so eine Vase mit so Smaragden. Okay, hier geht es nicht weiter, aber ich glaube, dass hier irgendwas versteckt ist. Drücken. Oh mein Gott, und ich hatte recht, hier ist irgendwas versteckt. Alter, ey. Ich spiele das gerade mal ein bisschen. Ich habe einfach schon so ein Easter Egg gefunden. Alter, das ist okay. Was habe ich denn genommen? Gruseliges. Gruselige Gruppe. Was ist das hier? Hallo? What? Sind das wieder von euch? Geht weg von mir. Ah! Der will auf. Oh, yo. Ich kann mir wieder eine Verzauberung nehmen. Weg da! Yo. Jägerrüstung. Okay. Geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Hier ist auch noch eine Kiste. Oh, ich habe... Ich habe ein Schwert bekommen, was selten ist. Hä? Okay. Okay. Bin ich jetzt unsichtbar? Oh mein Gott, ich war unsichtbar. Okay, Leute. Ich kann hier das wieder. Rüstung. Das würde ich gerne anziehen. Ah. Okay, jetzt habe ich die angezogen, ne? Und ein Schwert. 14, 22 Nahkampf. Und das? 16 Nahkampf. Okay. Kann ich... Warte, warte. Ich habe dann ja auch noch eine Verzauberung gehabt, ne? Wenn ich noch eine Verzauberung gehabt habe, kann ich das ja eigentlich verzaubern. Eine Sekunde Dauer. Was ist das denn? Nee, das würde ich dann nicht haben. Achso, nee. Dafür brauche ich zwei Verzauberungen. Und zerschmettern. Dafür brauche ich nur eins. Okay. Hier ist wieder Geld. Warte, ist das ein Hebel? Sieht aus wie ein Hebel. Nee, das nicht. So. Wie kann man wieder weiter, ne? Hier lang? Oder... Wo müssen wir denn hin? Aber es ist schon mal cool, dass ich jetzt ein besseres Schwert habe. Das ist sehr, sehr gut. Okay, auf jeden Fall. Wir sind jetzt in dieser ekligen und komischen Ruine. Ich habe jetzt mal wieder die Map angemacht. Damit wir genau wissen... Oh mein Gott, hier ist ein Blitzer. Damit wir genau wissen, wo wir sind. Was wir hier machen müssen. Wohin wir müssen. Und ja. Hier können wir auch klang. Aber es hört sich sehr böse an. Okay. Zack. Zack. Schatten. Okay, das nehme ich gleich. Kann man hier das nehmen? Nee. Oh mein Gott, nee. Ich will hier noch die letzten Gänge gehen. Ich will hier noch die letzten Gänge gehen. Ich will hier noch die letzten Gänge gehen. Zack. Boom. 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 Okay. Boom. Oh, TNT. Warte mal, wenn ich das jetzt ganz schlau werfe... Wartet, 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 wartet. Boom. Vier Monster auf einmal gekriegt. Diese Kiste. Oh, ich habe einen neuen Bogen bekommen. Bogen 1 gewöhnlich. Gehen wir mal wieder ins Inventar und gucken, welches besser ist. Ähm. Das ist halt genau das gleiche. Ähm. Verwerten? Oh, so kann man Sachen verkaufen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, aber ich glaube schon. Behönt den Rückstoß. Ah, das ist auch gut. Ich meine, noch mehr Schaden ist gut. Aber der Rückstoß. Dann habe ich mehr Zeit, um... Ähm. Dann habe ich mehr Zeit, um mich zu verpinkeln. Stimmt. Okay, bleib da. Als wenn du nicht gestorben bist. Hier sind zwei Säge. Ach du Scheiße. Warum sind da zwei Säge? Bestimmt sind da Villager an Illager gestorben. So, das war's mit der Folge. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten spannenden Folge Minecraft Dungeon. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.